Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. Amen. Ich bin die Sonne von Sabine Ball. Ja, und ich bin auch ein bisschen schade und ein bisschen glücklich. Aber ich bin sehr stolz von meiner Mutter. Und ich bin froh, zu sein von den Menschen, die leben und arbeiten mit meiner Mutter. Wie erinnerst du sie? Ich erinnere sie in Liebe. Ich erinnere unsere letzte Konversation, in der wir eine Woche gesprochen haben. Und ich hab sie auf der Telefon. Ich habe nicht mit ihr gesprochen in einem Monat. Und sie gab mir eine sehr gute Mission Report, von ihrer Arbeit, wenn sie zu München und Dresden ging. Und dann habe ich sie eine Ministry Report. Und sie korrekt hat mich und hat mich gelernt. Aber wir haben zusammengebracht. Sie hat erst gebeten, dann habe ich. Und dann haben wir gesagt, wie viel wir uns lieben. Und wie schön es war. Ich habe zwei Gedanken. Die Abschiedskarte, die Sie alle vor sich halten. Sabine war nie im Zentrum, aber sie war immer mittendrin. Jesus Christus war ihr Zentrum. Und der zweite Gedanke. Sabine brachte als Botschafterin Gottes sein Licht in menschliche Dunkelheit. Wer Sabine in den letzten Jahren begegnen durfte, wird offen von ihr den Satz gehört haben. Ich habe ein junges Herz, aber habe einen alten Chlor. Ihr biologisches Herz war schon lange sehr schwammt, weil sie aber nie davon abgehalten hat, sich weiter aktiv für Menschen einzusetzen. Bis zuletzt war sie im Auftrag des Herrn unterwegs, als am Dienstagmorgen 4.42 Uhr ihr biologisches Herz nach einem Herzinfarkt aufhörte, zu schlagen. Schönen Tag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020